Heute geht es um das Thema Altersvorsorge mit Gold. Möchten oder müssen Sie eine monatliche Rente haben, die auch garantiert ist? Das hat Sie aber bisher abgehalten in Gold zu investieren, sind aber mit einer klassischen Lebensversicherung Riester- oder Rürup-Rente unzufrieden? Dann habe ich verschiedene Lösungen für Sie und das egal, ob Sie noch viele Jahre bis zu Ihrem Ruhestand haben, kurz davor sind oder bereits im Ruhestand sind. Für viele ist Gold eine attraktive Kapitalanlage. Zum einen als Krisenabsicherung, als Inflationsschutz oder letztendlich auch aufgrund des Wertzuwachses. Denn seit Anfang dieses Jahrtausends oder auch seit 1971, seit Aufhebung des Goldstandards, lag der jährliche Wertzuwachs von Gold bei 8,5 bis 9 Prozent ungefähr pro Jahr. Das ist aber kein garantiertes Wachstum oder eine Verzinsung, wie Sie es von einer Rentenversicherung kennen oder Lebensversicherung kennen oder auch keine garantierte Rente. Man kann das aber mit den Möglichkeiten, die ich Ihnen jetzt gleich vorstellen möchte, ähnlich darstellen, indem man verschiedene Komponenten berücksichtigt. Und dementsprechend ist es durchaus möglich, dass Sie eine goldgedeckte Altersvorsorge aufbauen, die Ihnen auch eine Garantie bieten kann. Aber zunächst noch einmal, ich habe eben erwähnt, dass Sie mit Gold ungefähr 8,5 bis 9 Prozent pro Jahr jährlichen Wertzuwachs erzielen konnten. Was dabei ja besonders spannend ist, das wird in meinem Buch Gold und Silber für Einsteiger ab Seite 39 oder 38 behandelt, ist, dass der Wertzuwachs von Gold steuerfrei ist. Das heißt, im Vergleich zu allen anderen Anlageformen ist Gold deutlich im Vorteil. Denn wenn Sie zum Beispiel in Aktien investieren oder in Investmentfonds oder auch in festverzinsliche Wertpapiere oder auch Bausparverträge, ist es so, dass Sie von Ihrem Wertzuwachs, den Sie erzielen, Abgeltungssteuer, das sind 25 Prozent, zuzüglich Solidaritätszuschlag, zuzüglich Kirchensteuer bezahlen müssen. Und bei Gold erhalten Sie den Wertzuwachs Brutto4netto. Mein Buch Gold und Silber für Einsteiger halten Sie übrigens unter gold-buch.com geschenkt. Da steht natürlich nicht nur drin, was steuerlich mit Gold auf sich hat, sondern alles, was Sie müssen, müssen, wenn Sie Gold und Silber kaufen wollen und wissen wollen, welche Wachen empfehlenswert sind, welche Münzen, was die Unterschiede zwischen Gold und Silber sind und so weiter. Aber kommen wir zurück zu unserem heutigen Thema, der Altersvorsorge. Auch Rentenversicherungen oder Lebensversicherungen sind steuerpflichtig. Wenn Sie sich diese verrenten lassen, also sprich jährlich ein oder monatlich eine gewisse Rente auszahlen lassen, dann ist der Ertragsanteil steuerpflichtig. Das ist nicht die volle Rente. Also als Beispiel, wenn Sie 1000 Euro aus einer Lebensversicherung monatlich ausgezahlt bekommen würden, dann müssen sich die vollen 1000 Euro versteuern, sondern nur ein Teil davon, sagen jetzt zum Beispiel mal 20 Prozent, die damit ihren persönlichen Steuersatz zu versteuern sind. Dafür gibt es Übersichten, das hängt zum Beispiel davon ab, wie lang die Auszahlungsdauer ist, welches Alter Sie haben und weitere Komponenten. Ein weiterer Nachteil von Rentenversicherungen oder auch der betrieblichen Altersvorsorge ist, dass diese in der Regel nicht voll auszahlbar sind, sondern lediglich als Rente ausgezahlt werden. Das hat den Nachteil, es gibt in der Regel eine Garantieleistung und wenn Sie dann nach fünf Jahren leider versterben, dann ist das angesparte Guthaben weg und die Hinterbliebenen, Ihre Frau zum Beispiel, geht dann leer aus bzw. hält nur noch für den Restlaufzeit der Garantieleistung eine Rente ausbezahlt. Sie können sich das auch oftmals nicht in einer Summe auszahlen lassen. Umgedreht hat es natürlich den Vorteil, wenn Sie 200 Jahre alt werden, dass Sie eine unendliche Rente haben, natürlich immer unter der Annahme, dass die Lebensversicherung es bis dahin auch noch gibt. Aber das ist ein anderes Thema. In diesem Video geht es nicht um allgemein die Altersvorsorge mit Gold und Silber. Dafür gibt es ein gesondertes Video, in dem ich auch genau darauf eingehe, warum ich persönlich weitestgehend meine Altersvorsorge ausschließlich mit Gold und Silber gestalte, welche Risiken ich damit vermeide, das Thema Auszahlungsverbot und ähnliches. Also dieses Video, das Sie jetzt eingeblendet sehen, können Sie sich auch dazu ergänzend ansehen. Sie finden es auch in unserer Playlist von goldsilbershop.de, in unserem YouTube-Kanal. Deshalb empfehle ich Ihnen auch, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Und wenn Sie lieber das Ganze lesen wollen, gibt es dazu auch ein E-Book, das Sie herunterladen können. Wenn Sie in unserer jetzt eingeblendeten URL unseren Newsletter abonnieren, dann erhalten Sie als Dank nicht nur dieses E-Book, sondern mittlerweile sind es rund 20 E-Books zu allen möglichen Themen. Aber kommen wir zurück zu unserem heutigen Thema. Es gibt drei Möglichkeiten, wie Sie es erreichen können, dass Sie eine goldgedeckte Altersvorsorge, die Ihnen eine monatliche Rente zahlt, umsetzen können. Diese drei Möglichkeiten, die ich Ihnen jetzt nachfolgt ein bisschen genauer vorstellen möchte, ist, dass Sie in der Ansparphase Barren und Münzen kaufen, wie jetzt hier einen solchen Barren oder solche Münzen, diese einfach zur Seite legen und dann später, wenn Sie im Rentenalter sind, nach und nach regelmäßig verkaufen. So je nachdem, wie Sie gerade Geld brauchen. Die zweite Möglichkeit ist, dass Sie sich für das Solid-Edelmetall-Depot entscheiden, das Sie auch in unserer Solid-App finden, mehr dazu unter bester-goldsparplan.de. Da ist es so, dass Sie monatlich ab 25 Euro in Goldseber, Platin und Palladium investieren können und Sie haben dann die Möglichkeit, es sich später auch als Metallguthaben auszahlen zu lassen, sprich, Sie sagen später, hey, schickt mir doch 30 an uns einen Barren zu. Oder Sie können sich das auch später im Rahmen eines Auszahlplans regelmäßig auszahlen lassen. Sie können da angeben, dass Sie jeden Monat x Euro ausgezahlt bekommen haben, dann wird Ihnen das entsprechende Gewicht an Gold abgebucht von Ihrem Guthaben oder Sie können auch angeben, dass Sie eine gewisse Gewichtsmenge jeden Monat ausbezahlt haben wollen. Und die dritte Möglichkeit ist eine Kombination aus der ersten Variante, dass Sie Barren und Münzen kaufen, oder der zweiten Variante, dass Sie mit dem Solid-Edelmetall-Depot einen Sparplan oder Auszahlungsplan abschließen. Und zwar ist es so, dass Sie auch hier einfach entweder in Form von Barren und Münzen oder mit dem Solid-Edelmetall-Depot ein Edelmetallguthaben ansparen und Sie dann aber diesen Gegenwert in eine sofort beginnende Rentenversicherung einzahlen. Das hat den Vorteil, dass Sie jetzt während der kompletten Ansparphase den Wertzuwachs von Gold nutzen können oder all die Vorteile von Gold und Sie auch noch nicht heute, wo Sie jetzt vielleicht Mitte 40 sind, eine Anlageentscheidung treffen, wie denn später Ihre Rente aussehen soll. Denn wer weiß, ob es die Lebensversicherungsgesellschaft noch bis dahin gibt, wie hoch die garantierte Verzinsung ist, wie überhaupt die garantierte Rente das mit ist oder ob Sie vielleicht auch so vermögens mittlerweile geworden sind, dass Sie gar keine Rentenversicherung mehr benötigen. Also Sie nutzen da einfach die Vorteile in der Ansparphase von Gold und Silber und können dann später, wenn das Ihr Bedarf ist, sich eine garantierte Rente darstellen lassen, weil Sie nämlich Ihr angespartes Guthaben in eine klassische Rentenversicherung einzahlen und dort halt auch eine garantierte Rente ausgezahlt bekommen. Aber gehen wir darauf noch einmal genauer ein. Wichtig ist, wenn Sie in der Ansparphase regelmäßig Gold oder Silber kaufen wollen, dass Sie auch die notwendige Disziplin haben und auch tatsächlich das Geld regelmäßig zur Seite legen und investieren. Denn man ist vielleicht gegebenenfalls geneigt dazu zu sagen, ah, ich werde es mir doch noch den neuen Fernseher kaufen oder den Monat war ich ein bisschen knapp bei Kasse, ich mache das mit dem Gold nächsten Monat wieder. Und da ist es dann ratzfatz so, dass aus dem einen Monat zwei, drei Monate sind, dass es eine gewisse Regelmäßigkeit hat. Und das sorgt eigentlich dafür, dass Sie die finanziellen Probleme, die Sie heute haben, verschärft in die Zukunft verlagert haben. Klar, wenn man heute schon nicht weiß, wie man in die Runden kommt, dann hat man ein grundsätzliches Problem. Und dann ist es natürlich besser, wenn man heute jetzt erst einmal lebt, als in der Zukunft. Aber stellen Sie sich die Frage, ob Sie tatsächlich die Disziplin haben, Gold und Silber regelmäßig zu besparen. Und wenn Sie das nicht haben, dann ist es vielleicht besser, dass Sie sich für einen Goldsparplan, wie wir Ihnen im Rahmen des Solid-Edelmetall-Depots anbieten, der auswählen. Denn da ist es so, dass wir monatlich den Anlagebetrag, den Sie festlegen, per Lastschrift von Ihrem Konto einziehen. Sie haben aber auch alternativ die Möglichkeit, wenn Sie mal knapp sind, die Beitragszahlung zu reduzieren, auszusetzen oder Ähnliches. Aber allein, dass halt jeden Monat fest ein gewisser Geldbetrag von Ihrem Konto abgebucht wird, sorgt für den einen oder anderen dazu, dass er zuverlässiger fürs Alter mit Gold und Silber vorsorgt. Was auch wichtig ist, wenn Sie sagen, mit dem Sparplan, das möchte ich nicht so ganz, dass Sie, ja, dass wenn Sie Barren und Münzen kaufen, dass Sie nicht zu klein kaufen. Auch das wird in meinem Buch Gold und Silber für Einsteiger ausführlich erklärt. Vereinfacht ausgedrückt ist es so, dass je kleiner ein Barren ist oder eine Münze ist, umso höher ist der Krammpreis. Also Sie zahlen einfach für ein 1-Kram-Barren ungefähr bis zu 10% mehr, als wenn Sie sich zum Beispiel für eine Unze entscheiden. Klar, eine Unze kostet 2200, 2300 Euro. Heute, wo wir das Video drehen, wie jetzt die Goldpreise so stark steigen in nächster Zeit, weiß ich nicht. Von daher mal gucken, wie der Goldpreis steht. Vielleicht ist er auch etwas niedriger. Wir werden es sehen. Aber auf jeden Fall ist mir bewusst, dass es halt wenige Leute gibt, die sich monatlich eine ganze Unze leisten können. Was können Sie denn aber dann tun, um diesen Preisvorteil, den eine Unze gegenüber ein 1-Kram-Goldbarren hat, zu realisieren? Das eine ist, dass Sie zum Beispiel nicht monatlich kaufen, sondern dass Sie zum Beispiel nur alle 2 oder 3 Monate kaufen und dann anstatt sich ein 1-Kram-Barren zu kaufen, ein 2-Kram-Barren zu kaufen oder ein 5-Kram-Goldbarren zu kaufen. Auch da haben Sie schon eine Ersparnis. Oder Sie halt einfach halbjährlich, jährlich kaufen, bis Sie sich dann halt einen größeren Goldbarren oder Münze kaufen können. Eine andere Alternative ist auch, dass Sie sich für Silbermünzen entscheiden. Da ist es so, dass die 1 Unze Silbermünze eigentlich unter den Silberinvestments die attraktivste ist, was Preis, Differenz zwischen An- und Verkaufspreis und Besteuerung angeht. Und deshalb ist das durchaus auch eine Empfehlung. Und eine solche Silbermünze kostet rund um die 30 Euro und sind dementsprechend auch eine Möglichkeit, mit der Sie Stück für Stück monatlich eine Altersvorsorge aufbauen können. An der Stelle sei noch erwähnt, wenn Sie regelmäßig kleine Geldbeträge investieren wollen, dann kann die Sammelbestellung, wie wir sie bei goldsebershop.de anbieten, eine Möglichkeit sein, mit der Sie Versandkosten einsparen. Wie funktioniert das mit der Sammelbestellung? Das ist ganz einfach. Wenn Sie Ihre erste Bestellung bei uns tätigen, wählen Sie an der Kasse als Versandart Sammelbestellung aus. Das hat dann zur Folge, dass Sie diese Bestellung ganz normal bezahlen. Sie zahlen aber erst einmal keine Versandkosten. Bei jeder weiteren Bestellung geben Sie auch an, dass das eine Sammelbestellung ist. Und entweder, wenn Sie dann eines Tages sagen, ich würde gerne meine ganzen Münzen oder Bachen oder was auch immer Sie gekauft haben, zugeschickt haben, dann locken Sie sich bei goldsebershop.de in Ihr Kundenkonto ein. Sie können dann anklicken, dass Sie Ihre Sammelbestellung zugeschickt haben wollen. Dann schicken wir Ihnen alle Bestellungen, die Sie in der Zwischenzeit angesammelt haben, zu. Sie zahlen aber lediglich einmal die Versandkosten für all diese Gesamtbestellungen zusammen und sparen dort entsprechend die Versandkosten, die sonst für jede Bestellung anfallen würden. Wenn Sie sogar mehr als 5.000 Euro angespart haben, dann schicken wir automatisiert Versandkosten frei an Sie. Die andere Alternative ist natürlich, dass Sie in unseren Ladengeschäften in Mainz und Wiesbaden, in Mainz finden Sie uns in der Rheinstraße 103, das ist gegenüber der Theode-Heussbrücke, und Wiesbaden, der Wilhelmsstraße 4, einkaufen. Da ist es halt so, dass keine Versandkosten anfallen. Sie können dort auch anonym bis 2.000 Euro einkaufen, also sprich, Sie müssen sich dort nicht uns gegenüber legitimieren oder Ähnliches. Und natürlich bieten wir auch vor Ort eine Beratung an. Darüber hinaus ist es so, dass wir bundesweit über 120 Partner haben, bei denen Sie auch vor Ort einkaufen können. Wenn Sie dazu auf goldsilbershop.de gehen, auf die Rubrik Tafelgeschäft, finden Sie auch dort den nächstgelegenen Partner. Aber ich will jetzt hier nicht detailliert auf die Produkte eingehen. Wenn Sie das detailliert wissen wollen, dann empfehle ich Ihnen, mein Buch Gold und Silber für Einsteiger zu lesen, das Sie unter gold-boot.com kostenfrei herunterladen können oder auch als gedrückte Form sich zuschicken lassen können. Aber kurz und knapp, meine Empfehlung wäre, dass Sie Goldbarren von Herreus, Zehafner oder Heimerl und Meule kaufen. Diese, wenn möglich, ab 1 Unze aufwärts. Wenn es Goldmünzen sein sollen, dann sind es Krügerand, Maple Leaf, Wiener Philharmonika, Känguru und die Britannier Münzen. Krügerand und Maple Leaf Münzen sind die am meisten gekauften Münzen weltweit. Deshalb wäre das meine absolute Standardempfehlung. Diese gibt es übrigens nicht nur zu einer Unze, sondern auch ein halbe, Viertel und Zehntel Unze. Auch da gilt es, dass der Kramppreis geringer ist, je größer die Münze ist. Aber auch das ist eine Möglichkeit, wenn Sie verhältnismäßig kleinteilig investieren wollen, weil Sie vielleicht auch später vorhaben, auch entsprechend kleinteilig, das Ganze auch wieder das Gold zu Geld zu machen. Wenn es Silbermünzen sein sollen, ich habe hier eine große Auswahl, da muss man sagen, dass mit weitem Abstand die Maple Leaf Silbermünze der Marktführer aller Silbermünzen ist, weil diese viele Vorteile hat, wie Sicherheitsmerkmale. Sie bekommt in der Regel keine Milchflecken und so weiter und gehört zu den preisgünstigsten Silbermünzen. Aber mehr in meinem Buch Gold und Silber für Einsteiger. Was noch wichtig ist, ich habe es eben schon einmal erwähnt, ich will es jetzt aber nochmal ausführlich sagen, ist, dass Sie beim Kauf auch schon berücksichtigen sollten, wie Sie es später wieder verkaufen wollen. Also sprich, wenn Sie sich einen 100 Gramm Goldbarren leisten können, dann müssen Sie halt auch berücksichtigen, dass dieser in 20 Jahren, zumindest was den Eurobetrag angeht, einen höheren Wert hat, als er es heute hat. Und dementsprechend sind das dann auch recht große Geldbeträge, die Sie auch wieder ausgezahlt bekommen würden. Da kann es vielleicht auch empfehlenswerter sein, dass Sie anstatt einen 100 Gramm Goldbarren lieber dreimal eine Unze kaufen oder anstatt eine Unze dreimal 10 Gramm. Und wenn Sie das Ganze verkaufen wollen, das können Sie auch in unseren Ladengeschäften in Mainz und Wiesbaden machen. Aber es geht natürlich auch online bei goldsilbershop.de genauso wie Sie bei uns gekauft haben. Online können Sie auch bei uns online wieder verkaufen. Wir holen dann die Ware bei Ihnen ab und sie wird versichert zu uns geliefert. Wir zahlen dann zeitnah den entsprechenden Gegenwert aus. Vielleicht ist es aber auch so, dass Sie sagen, das mit Bachen Münzen ist nett. Aber zum einen, ich will mich da eigentlich damit nicht auseinandersetzen und vor allem will ich das ganze Zeug nicht zu Hause rumliegen haben. Ich will mich auch nicht um Schließfach kümmern oder ähnliches. Auch unter diesem Aspekt kann das Solid-Edelmetall-Depot für Sie interessant sein. Deshalb auch hier nochmal kurz zusammengefasst. Es ist ab einem Betrag von 25 Euro im Monat möglich. Es sind auch Einmalanlagen möglich, die halt auch zum Beispiel unregelmäßig erfolgen können. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Ihre Sparplanrate zu erhöhen, zu reduzieren, auszusetzen. Sie können in Gold, Silber, Platin und Palladium investieren. Sie können das beliebig aufteilen. Sie sagen jetzt, ich habe jetzt schon genug in Silber angespart, ich möchte jetzt nur in Gold ansparen. Das alles können Sie über die Solid-App direkt machen. Sie finden dort auch sämtliche Transaktionsabrechnungen, Wertübersichten und Ähnliches. Aber nicht nur Ihr Guthaben können Sie über die Solid-App sehen, sondern auch Sie können dort auch die eben erwähnten Switches zwischen den einzelnen Teilen durchführen. Sie können dort Auszahlungen veranlassen und so weiter. Und übrigens, viele nutzen auch die Solid-App, auch wenn Sie gar kein Sparplan-Kunde bei uns sind, einfach um Kursinformationen zu bekommen. Deshalb, wenn Sie in Ihrem Apple Store oder auch im Google Play Store nach Solid oder Solid-App suchen, dann finden Sie diese und Sie finden dort auch ausführliche Kursinformationen zu Gold, Silber, Platin, Palladium. Es sind auch ein paar Indizes dabei, wie zum Beispiel der DAX, der Dow Jones, der Bitcoin-Kurs auf jeden Fall. Also es lohnt sich auch, unter diesem Aspekt die Solid-App zu haben. Ein großer Vorteil der Solid-App aber ist, oder des Solid-Edelmetall-Depots, ist, dass Sie jeden Monat ein kleines Stück von einem großen 1-Kilo-Goldbarren kaufen und Sie somit einen niedrigen Grammpreis erzielen. Und Sie müssen sich jetzt noch nicht festlegen, wenn Sie sich das Guthaben nicht in Euro später auszahlen lassen wollen, sondern tatsächlich in Gold oder halt in Silber, in welcher Stückelung Sie das machen. Also sprich, Sie kaufen in Ansparphase Bruchteile von 1-Kilo-Goldbarren zum günstigen Grammpreis, was ein Vorteil von, ich sage mal, bis zu 10% ist gegenüber, wenn Sie eins in 1-Kramm-Goldbarren kaufen würden. Und wenn Sie dann in 20 Jahren, sagen wir einfach mal, 357 Gramm Gold angespart haben, dann geben Sie dann einfach es mit an, hey, ich hätte gerne 300 Gramm in 3 mal 100 Gramm ausbezahlt, 50 Gramm in einen 50 Gramm machen und die 7 Gramm, nehme ich hier in 1 Gramm machen, ach nee, die 7 Gramm, überweisen Sie mir die doch in Euro. Dann machen wir das. Also mit der Solid App sind Sie sehr flexibel, deshalb noch einmal, deshalb noch einmal, besta-goldsparplan.de, da finden Sie alle möglichen Informationen dazu. Ah, und genauso haben Sie da halt auch eine Möglichkeit, wie ich es auch schon erwähnt habe, dass Sie einen Auszahlungsplan machen. Also auch wenn Sie jetzt schon bereits im Rentenalter sind und sich jetzt gerade das Guthaben einer Lebensversicherung auszahlen lassen, können Sie das als Guthaben in Ihr Solid-Edelmetall-Depot einzahlen und dann direkt einen Auszahlplan veranlassen. Das heißt, dass Sie einfach monatlich einen gewissen Geldbetrag oder Gewichtsbetrag sich auszahlen lassen. Und was auch noch ganz wichtig ist, wenn Sie sich für Silber, Platin oder Palladium entscheiden im Rahmen des Solid-Edelmetall-Depots, dann zahlen Sie keine Mehrsteuer. Sie haben also ein Ersparnis zusätzlich von bis zu 19 Prozent, weil keine Mehrwertsteuer anfällt und Sie diese immer steuerfrei einkaufen. Deshalb noch einmal besta-goldverplan.de, da finden Sie weitere Informationen dazu. Und natürlich beraten wir Sie auch sehr gerne dazu, indem Sie entweder auf goldsebershop.de gehen, auf die Rubrik Beratung, da können Sie einen Beratungstermin ausmachen. Wir bieten eine Beratung per Webmeeting. Telefonisch, persönlich vor Ort in unserem Ladengeschäft in Mainz, in Wiesbaden, in unserem Pilot-Value-Center in Wiesbaden oder auch die Solid-Premium-Beratung, die ist auf digitale Beratung spezialisiert, freut sich auch auf Ihren Anruf und natürlich auch mein Buch Gold und Silber für Einsteiger. Da erfahren Sie mehr dazu. Wenn Sie jetzt sagen, ha, ich möchte mich eigentlich nicht telefonisch beraten lassen und auch nicht per Webvideo, aber Mainz in Wiesbaden ist mir zu weit weg, hey, dann kommen Sie doch mal für ein Wochenende nach Wiesbaden und Mainz vorbei, ist wirklich ein schönes Eck. Sie können im Rheingau prima einen Wein trinken. Aber wenn Sie da sagen, das ist ein netter Schieferstein, aber bei mir zu Hause ist es doch am schönsten, das ist überhaupt kein Problem. Auch da ist es so, ich hatte ja bereits erwähnt, dass Sie unter goldselbershop.de unter der Rubrik Tafelgeschäft regionale Tafelgeschäftspartner finden. Wir haben 120 Partner bundesweit und auch diese beraten Sie sehr gerne zum Solid-Edelmetall-Depot. Also können Sie sich auch an diese wenden, wenn Sie einfach zu diesem Thema beraten werden wollen. Und ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, wenn Sie jetzt sagen, mit dem Gold und Silber eines Tages irgendwie, ich traue dem Ganzen nicht mehr so, ist das ein großer Vorteil, dass wenn Sie sich für Gold und Silber entscheiden, dass Sie sehr flexibel sind. Sie können jederzeit innerhalb weniger Tage eine komplett andere Anlagestrategie fahren. Wenn Sie einfach sagen, hey, Gold und Silber ist jetzt so stark gestiegen und die Aktienmärkte liegen am Boden oder ich bekomme bei einer Rentenversicherung 10% garantierte Verzinsung und eine höchst attraktive Rente, dann ist das mit Gold und Silber überhaupt kein Problem. Sie haben keine Stornokosten, wie Sie es von manch anderem Altersvorsorgeprodukt kennen. Sie haben eine vergleichsweise äußerst geringe Kostenstruktur und jetzt kommt halt einfach der Clou, wenn das einfach so ist, dass Ihnen eines Tages eine Rentenversicherung attraktiv erscheint, dann zahlen Sie doch einfach dort mit ein. Egal, ob Sie dann halt schon kurz vor dem Ruhestand sind, im Ruhestand sind oder doch noch eine lange Phase dazu ist. Sie können ja sich jederzeit Ihre Edelmetalle in Geld auszahlen lassen, einen Euro auszahlen lassen, egal ob Sie sich für das Solid-Edelmetall-Depot entschieden haben oder hier in Goldbarren und dann eine Rentenversicherung einzahlen. Der große Vorteil, den ich sehe und vielleicht nutze ich den auch eines Tages ist, dass Sie nicht heute schon entscheiden, welches das beste Rentenangebot für Sie ist, sondern erst in der Zukunft. Sprich, Sie werden dann einfach sehen, hey, welche Versicherungsgesellschaft steht denn jetzt am besten da und bietet das für mich beste Angebot und möchte ich dieses wahrnehmen, dann wählen Sie dieses einfach aus. Vielleicht stellen Sie auch einfach fest, hey, das mit den Renten- und Lebensversicherungen, das ist mir zu Joker, ich möchte doch lieber einen Aktiensparplan haben, einen Bankensparplan oder ich bleibe bei Gold und Sieber, dann können Sie das einfach tun. Also, warum sollte man sich heute schon festlegen, denn Sie wissen heute nicht, was in 10 oder 20 Jahren gut ist. Denken Sie doch einmal zurück, ich weiß nicht, wie alt Sie sind, aber wie viele Lebensversicherungsgesellschaften gab es denn noch vor 5, 10 oder 20 Jahren, die es heute nicht mehr gibt. Und denken Sie einmal zurück, wie hoch der Garantiezins für Lebensversicherungen früher einmal war und wie hoch er heute ist, sofern er denn überhaupt noch vorhanden ist. Merken Sie etwas? Genauso müssten Sie auch noch berücksichtigen, dass in den letzten Jahren oder Jahrzehnten sich häufig auch die Steuergebung geändert hat und auch, dass es durchaus keinen Bestandsschutz gab, wenn Sie schon eine Lebensversicherung oder Investmentfonds oder Aktien hatten und dann halt einfach mit einer gewissen Übergangszeit oder auch von heute auf morgen entschieden wurde, ab morgen sind diese Einnahmen oder diese Auszahlungen sozialversicherungspflichtig, also krankenversicherungspflichtig zum Beispiel, pflegeversicherungspflichtig oder unterliegende Steuerung. Und auf all das können Sie flexibel reagieren, wenn Sie sich heute noch nicht festlegen mit einer Rentenversicherung, sondern diese Entscheidung in die Zukunft verschieben und jetzt erst einmal in Gold und Silber investieren. Haben Sie keinen Scheu? Vielleicht ist Ihr Altersvorsorge-Lebenslauf so wie dir auf diesem T-Shirt dargestellt, dass Sie bereits eine Riester-Rente hatten, eine Röp-Rente hatten oder auch eine Lebensversicherung oder Rentenversicherung haben, eine betriebliche Altersvorsorge, die Sie jetzt gerade ausbezahlt wurde, die Sie auflösen möchten oder einfach noch unsicher sind. Vielleicht haben Sie auch eine Immobilie veräußert. All das ist ein Alltags-Anfrage oder Alltagsberatungsgegenstand, die die solid Premium-Beratung hat. Deshalb noch einmal, haben Sie doch keinen Scheu, lassen Sie sich doch einfach mal von uns kostenfrei und unverbindlich zum Thema Altersvorsorge mit Lebensversicherung, Rennversicherung, Immobilien, Gold und Silber beraten. Gehen Sie dazu auf goldsehbershop.de, auf die Rubrik Beratung und vereinbaren Sie einen Beratungstermin. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns bald hier in unserem YouTube-Kanal wiedersehen. Deshalb abonnieren Sie doch bitte unseren YouTube-Kanal. Gucken Sie doch einmal in der Playlist vorbei, welche Videos es bereits gibt. Und ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn Sie diesem Video einen Daumen nach oben geben. Vielen Dank und ich wünsche Ihnen eine goldene Rentenzeit. Bis bald.